Willkommen zurück zu Let's Play Yooka-Laylee Wir werden nun die Stammblock-Tropen verlassen Spielstand anschauen So sieht es momentan aus 16 von 25 Pages 167 von 200 Federn von diesen von den Items hier in der Mitte fehlt 1 und Geister haben wir auch alle Ja dann werden wir die Stammblock-Tropen jetzt aber erstmal verlassen zum Knotenpunkt zurückkehren und dann werden wir vermutlich in diesem Part in einer neuen Welt weitermachen Ah hier ist der So Hier oben war ja irgendwas Aha Pidgey bei uns Ich weiß nur nicht mehr ob wir da auch hochkommen jetzt das testen wir mal kurz Wir haben ja neue Fähigkeiten gelernt und es ist lang her dass wir hier waren Es ist mir relativ egal Ich fall da zu oft runter Machen wir dann nur dann anders Hey du da draußen wusstest du dass du den linken Stick drücken kannst um dich im Zielmodus umzuschauen Das könnte sich als praktischerweise Ja das wissen wir Danke für den Tipp Pidgey Wir werden den linken Stick mal ausprobieren So Wie bekommen wir dich denn? Hier sind Buchstaben Das gibt ganz offensichtlich ja schon mal das Wort Pidgey Das sind Bären Ach das sind Fackeln sogar Dann zünden wir hier alle mal an So Und so Das war knapp Die Bäre ist gerade abgelaufen So Eins möchte ich hier ganz kurz mal nachgucken Gibt es ja auch irgendwelche Bären die hier rumliegen? Nein Ich sehe keine Einen Versuch machen wir machen wir noch kurz Wenn wir schon mal wieder hier sind Gut Egal Kamera noch weiter rausholen vielleicht Mich würde es interessieren wo es nun lang geht Sie steht hier jetzt auch rum Schön euch zu sehen Kinder Wollt ihr euren Turnikum wechseln? Ja Ja Nein Hohllaufer Erhalte bloß ein Schmetterlings Gesundheitsplatz Oh das nehmen wir doch Haben wir dann neu freigeschaltet Das nehmen wir Mit dem Turnikum solltet ihr leichter vorankommen So Hier können wir nochmal rausgehen Gibt es hier denn noch viel was Ja Mal gucken Fehlt ja noch viel Kann man sich nicht angucken Oder gehört das zu Hylvary Towers Ich glaube nicht Da gibt es aber auch so viel 20 20 Pages Dann wäre ja Wo gehen wir jetzt lang Au Oder geht es hier hoch Ne Also ja doch da geht es schon hoch aber Bild 2 scheint hier drin zu sein das ist zu Das ist ein Pidgey Eisfrucht Ehre sehe ich nicht Achso da hoch Da oben habe ich gerade noch ein Schild gesehen Hier Oh Wo kommst du her Weg mit dir Dann wollen wir hier mal hoch Oh Weiter Stopp Stopp Wind 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 Okay Du hast ein neues Turnikum freigeschaltet Komm mich mal besuchen Und er hatte eben auch noch was gesagt Nur das konnten wir nicht so ganz lesen Oh nee Das bringt uns wieder runter Okay Die Tür ist auf Dann gehen wir hier mal rein Welt 2 Oder auch nicht Snailcrack Ein eingehender Anruf Seien Sie begrüßt Ich hatte nicht mit Ihnen gerechnet Bitte erlauben Sie mir Wie mit unserem Potsch Ritt vertraut zu machen Zuerst einmal Möchte ich bestätigen Dass ein Geringfügiger Teil Unseres Personals Ermordet wurde Das hat den Vorteil Dass wir große Mengen Gehalt Einsparen Ich schwöre es gibt keinen Grund Zu Sorge Herr Vorsitzender Ich habe das Einbuch Ich habe das Einbuch Termin gerecht Beschafft Und die entkommenen Pages Werden wir bald Im Griff haben Ich versichere Ihnen Meine Herren Das Sonderbare Duo Hat keinen Schimmer Was wir tatsächlich Im Schilde führen Sobald das Buch Voller Pages ist Werden wir sie Und die ganze Welt Beherrschen Mist Dieser Deal Wird alle Vierte Minute Schlechter Ich hoffe In zukünftigen Spielen Bleibe ich Von denen Verschont Dr. Quark Es ist Zeit Die Zukunft Zu Radikalisieren Wir müssten die Fortschritte Der Eindringlinge Bremsen Haben Sie eine Idee Haben Sie Ideen Ah ja Sir Ich habe ein paar Richtig fiese Quizfragen Ein böses Quiz Perfekt Es war also doch gut Ihnen geringfügig Mehr Als den Mindestlohn Zu zahlen Quark An die Arbeit Was kommt nun Dr. Quarks Quiz Time Herzlich Willkommen Ich bin Dr. Quark Der Moderator Schau Das ist sicher Kapital B's Großer Schergen Manager Wenn groß Eine Stellenanforderung War Wird der Typ Ihr nicht Gerecht Vielleicht lässt er Uns vorbei Wenn wir ihm Ein paar Brotkrumen Hinwerfen Ruhe Wie ich sehe Habt ihr in einer Meiner wissenschaftlichen Hochwelten Hausfriedensbruch Begangen Und jetzt Werdet ihr dafür Bestraft Mit dem schrecklichen Schnellfeuer Quiz Mit dem was Ihr müsst Zehn korrekte Antworten liefern Um meine Fragen Attacke Zu überleben Wenn ihr eine Frage korrekt Beantwortet Lasse ich Euch hier Weiter Aber bei Einer falschen Antwort Verliert Ihr ein Leben Ja wir haben Genug Wenn ihr Alle drei Leben verloren Habt Geht es Am Start Von vorn Los Ach er gibt Uns Andere Leben Okay Für richtige Bosskämpfe Reichte wohl Das Budget Nicht mehr Und jetzt Tretet vor Es gibt Einen Anständigen Rätsel Äh Rätselrabatz Okay Da unten Drei Herzen Ich bin Bereit Glaube ich Der Heavy Chaos Knotenpunkt Wie viele Pages Habt ihr Von dort Illegal Entwendet Eins Kommt schon Konzentriert Euch Überhaupt Wir haben Ein Hä Dieser Charakter Wer ist Das Äh Den Namen Hab ich mich Nicht gemerkt Ihr habt Auf Jokapedia Nachgeschaut Nicht wahr Das war Grad nur Geraten Und die Erste Frage Bin ich mir Ziemlich Sicher Dass Die Richtig Ist Wir Gucken Das Gucken Wir Gleich Noch Mach Die Lächerliche Kuh Dr. Kurz Mit Ihrem Fischglas In was Verwandelt Ihre Erste Transformation Eine Pflanze Mist Ihr habt Die Antwort Bestimmt Abgelesen Als Sie Sich In Meinem Glas Spiegelte Verflixt Und Zugenäht Eine Superschnelle Korrekte Antwort Das Gibt Zwei Punkte Oh Find ich Gut Dieses Zerfallene Meeresschiff Das Euer Zuhause Ist Was Hängt Am Mast Ähm Das Weiß Ich Noch Glaube Ich Dann War Das Obere Konzentriert Euch Das War Die Leichteste Frage Von All Ja Dann Was Das Ganz Oberste Glaube Ich Trousers Faden Shinige Moves Welchen Habt Ihr Als Erstes Gekauft Verdammt Kommt Schon Konzentriert Ihr Euch Überhaupt Ach Wie Schade Ihr Scheint Kein Leben Mehr Zu Haben So Ein Pech Vielleicht Habt Ihr Nächstes Mal Mehr Glück Und Jetzt Zurück Zum Start Ja Das Ist Nicht So Gut Laufen Es Sind Zwei Ach Stimmt Wir Haben Hier Ja Eben Als Wir Die Stammblock Turben Verlassen Haben Einen Pg Eingesammelt Ja Das Hatte Ich Vergessen Nochmal Nehme Ein Ihr Wollt Es Nochmal Versuchen Jahr Interesse Hoffe Ich Dass Ihr Euch Dies Diesmal Ein Wenig Besser Vorbereitet Habt Sind Das Jetzt Die Gleichen Fragen Oder Gibt Es Neue Oder Andere Reihenfolge Wie Lange Habt Ihr Gebraucht Um Bis Hierher Zu Kommen Verdammt Huch Die Spielenleitung Kann Übrigens Nachgelesen Werden Ich Weiß Noch Nicht Wie Viel Zeit Das War Dann Waren Es Wahrscheinlich Sechs Stunden Kann Gar Nicht Sein Wann War Es Das Erste Ziemlich Sicher Sechs Stunden Sind Das Noch Nicht Die Stammblock Token Wie Viele Pages Waren Zum Freischalten Erforderlich Drei Nee Eine Ich hoffe Er schaut Nicht Insgeheim Aufs Handy Drei Waren Um Sie Zu Erweitern Beflixt Und Zugenäht Eine Superschnelle Korrekte Antwort Das Gibt Zwei Punkte Verdammt Jetzt habe ich das Erste Leider Ausgesehen Übersprung Bitte War's Bestimmt Nein Ich würde Euch Das Publikum Fragen Lassen Wenn Ihr Eins Hättet Wenn Wir Eins Hätten Dieser Charakter Wer Ist Es Achso Er Schon Wieder Dann Falsch Ich hätte Mit mehr Gegenwehr Gerichtet Für Diesen Charakter Haben Wir Nur Ein Mal Geredet Ganz Kurz Und Dann War's Das Wir Waren Nur Einmal Kurz Bei Eben Und Haben Mit Ihm Was Gemacht Und Das War's Dann Schon Jetzt Besser Ohne Ein Leben Zu Verlieren Nach Den Erstens Zwei Fragen Unter dem Stammblock Eingang Welche Farbe Hat Der Ghost Writer Ich Ich Hab Keine Ahnung Was Für Ein Pech Möchtet Ihr Den Telefon Joggen Nutzen Gerne Ja Zwei Oh Ja Schnelle Frage Wir Werden Das Schon Schaffen Wie Dann Legales Eigentum Von Hervor Towers Wie Viele Habt Ihr Insgesamt 177 Buch Das War Die Schwierigste Frage Es Gab Wieder Zwei Punkte Glaube Ich Dieses Bild Wo Wurde Es Gemacht Ja Das Recht Spiele Automat Rechts Ah Das War Sicher Nur Glücklich Geraten Ah Fast Geschafft Trowsers Fadenscheinige Moves Welchen Habt Ihr Als Erstes Gekauft Ach Das Weiß Ich Nicht Das Nicht Was So Na Schuss Ach Ihr Habt Auf Jokapedia Nach Geschaut Nicht War So Jetzt Können Wir Eigentlich Wobei Doch Können Wir Schon Wenn Wir Jetzt Alles Falsch Machen Dieses Zerfallene Meeresschiff Das Euer Zuhause Ist Was Hängt Am Mast So Gleich Kommt Die Nächste Frage Ne Glaube Ich Nicht Wir Haben Es Geschafft Verdammt Bei Der Präsentation Für Dieses Quiz Wurde Uns Diese Frage Als Unlösbar Verkauft Diese Niederlage Wird Bei Meinen Nächsten Leistungskontrolle Genau Unter Die Lupe Genommen Werden Egal Ich Werde Ich Werde Einfach Das Nächste Kurs So Schwierig Machen Das Selbst Ein Lösungs Geht Helfen Wird Bis Zum Nächsten Mal Ihr Düssel Ach Dann Achten Wir Jetzt Mehr Auf Die Zahlen Und Auf Irgendwas Auf Alles Dann Wird Das Noch Einfacher Als Das Einfacher Hier Das Hat Länger Gedauert Als Gedacht Gerade So Wir Sind Immer Noch Ein Hilfer Die Towers Wo Gibt's Denn Hier Hier Gibt Es Eisbären Aua Ich Ja Oh Okay Getroffen Das Ist Bei Drei Ne Doch Ups Und So Ja Gut Auch Das Aua Natürlich Natürlich Hau Was Ist Hey Ich kann Die Nicht Treffen So Jetzt Bei Drei Wollte Ich Übrigens Noch Nicht Öffnen Wenn Wir Auch Nicht Reingehen Ne Also Er Hatte Keine Stacheln Draußen So Was Haben Wir Denn Vorhin Freigeschaltet Kugler Rollen Verbraucht Weniger Energie Okay Daher Dass Wir Sehr Viel Rollen Werden Wir Das Wohl Eher Nehmen Jetzt Haben Wir Natürlich Aber Auch Ein Herz Weniger Oh Das sind Buchstaben Okay Hier gehen wir glaube ich Wollen anders hin Wir wollen jetzt In Welt Zwei Reingehen Schrauser Meine Guten Kumpels Ihr könnt Von Meinen Fantastischen Angeboten Nicht Lassen Was Nein Du Blockierst Den Weg Zur Nächsten Welt Naja Ihr braucht Es Sicher Einen Meiner Erstklassigen Tricks Um Diese Kluft Zu Überwinden Und Weil Ihr Mir Helft Meinen Umsatz In Den Stammblock Tropen Zu Steigern Ist Es Für Euch Kostenfrei Oh Nun Wenn Es Umsonst Ist Ja Dann Nehm Es Gern An Dieser Nächste Trick Wird Unser Lila Freundin Ermöglichen Durch Den Himmel Zu Gleiten Wenn A Gehalten Wird Springe Einfach Mit A In Die Luft Drücke Und Halte Dann A Ein Zweites Mal Umzug Gleiten Das Klingt Nützlich Ich hoffe Du bist Der Aufgabe Gewachsen Lally Ich Habe Ausgiebig Gefrühstückt Kein Problem Diese Flügel Sind Stärker Als Die Aussehen Super Sucht Mich Später In der Bücherei Auf Ich Habe Da Noch Ein Inoffizielles Angebot Für Euch Aha Oh Ja Gut Wollte Gucken Ob Da Unten Was Ist So Jetzt Können Wir Fliegen Das Wird Uns Sehr Helfen So Der Ist Weg Oh Oh Dann Müssen Wir Eh Nicht Rüber Wo Sind Wieder Hier Egal Und Ein Weiter Mal Rüber Gleiten Eine Ahnung Ob Ich Da Runter Will Okay Okay Ja Aber Hier Kommt man Nicht Weiter Zumindest Noch Nicht Oh Was Bist Du Denn Ein Bienenstock Dem Können Wir Aber Nichts Machen Es Ist Zeit Die Zukunft Zu Radikalisieren Verdoppelt Die Anzahl Der Sammelobjekte Jetzt Werden Jetzt Noch Mehr Sammelobjekte Aua Hau Ab Was Ist Der Vorne Den Noch Hau Ab Ich Glaub Da Verschwinde 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 Ich Komm Nicht Weiter Besser Knopf Auf Der Anderen Seite Aua Du Und Durch Einfach Durch Einfach Durch Aua Okay Hier Ist Die Nächste Welt Gibt Es Weiter Oben Noch Irgendwas Ich Weiß Nicht Mal Ob Wer Da Hoch Kommt Ich Glaube Nicht Naja Aber Dieser Welt Betreht Mir Dann Nächsten Part Dann Bin Ich Hier Zuerst Mal Und Bis Zum Nächsten Mal